Achso, ja, aber, ja, aber da wissen wir ja nicht, wer wann wann anfängt. Das kann man ja, meinen Text, den braucht man ja nicht in dem Video sehen, da kann man ja das Abstehen und die Löwseite öffnen. Und dann kann man halt, da sind ja immer vier Zeilen und jeder singt vier Zeilen. Machen wir es so. Warte mal, drei, zwei, eins, starten. Viel Spaß, naja, das ist ein Ries. Nicht von George Michael, sondern von Christian Schleuer und Dominik. Aber das klingt so noch nicht an, ne? Featuring. Genau, Featuring. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Special. Ooh. Bum, 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 bum. Soundproof. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Man. I keep my distance, but still catch my eyes. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year. It doesn't surprise me. Epic Christmas. Wrapped it up. End it. If a note saying, I love you, I mend it Now I know how to fool I've been But if you kiss me now, I know you'd fool me again Last Christmas, I gave you my heart But the very next day, you gave it away This year, you saved me from tears I give it to someone special Last Christmas, I gave you my heart But the very next day, you gave it away This year, you saved me from tears I give it to someone special Oh baby Remake Ich glaube, das reicht, würde ich sagen Und wir haben uns, glaube ich, genug lang Ich denke, die Zuhörer noch ein Herzinfarkt Ich glaube, das werden Ja, wir wollen das natürlich euch nicht weiter hier antun Ja, vielleicht hat euch das ja gefallen Und machen wir das 2011 öfters mal Mit anderen Liedern Wenn ihr das lustig findet Na, was machen wir nicht alles für euch? Ja Ja